Hallo und herzlich willkommen zum Landluftblog. Heute färbe ich Wolle mit Ostereierfarbe. Zum Färben habe ich schon hier Wasser vorbereitet, das steht am Ofen und erhitzt langsam. Das Wasser soll noch kühl sein, damit die Wolle nicht sofort zu filzen beginnt. Die Ostereierfarbe, du kennst es sicher vom Ostereierfärben, arbeitet mit Essig. Das Essig ist für die Wolle wichtig, denn es beizt die Oberfläche der Wolle, macht sie etwas rauer und garantiert dafür, dass die Farbe gut an der Wolle haftet und dann auch beim Waschen nicht herausgeht. Ich gebe auf diese Menge, das sind ungefähr 1,5 bis 2 Liter, so etwa 1,8 Liter Essig und dann kommt die Wolle dazu. Das Wasser ist noch schön kühl, das bedeutet, ich kann die Wolle ohne weiteres einfach reindrücken. Und es ist günstig, so viel Wolle zu nehmen, dass die Wolle noch richtig gut bedeckt wird. Das wird jetzt langsam schon ein bisschen viel, ich gebe dann später noch Wasser dazu. Und hier gibt es jetzt verschiedene Arten von Ostereierfarben. Ich habe diesmal welche mit Farbblättchen, das sind Papierblätter, die in Farbe getränkt sind und die dann im heißen Wasserbad die Farbe abgeben. Gewählt, es gibt auch einfach Säckchen mit Farbpulver drin, es gibt Kapseln mit Farbpulver drin und es gibt auch Farbtabletten. Ich habe schon verschiedene ausprobiert. Die Wollblättchen färben relativ wenig, man braucht ziemlich viele Wollblättchen, Farbplättchen, um färben zu können. Andere Sachen wie Tabletten oder Kapseln färben um einiges besser. Allerdings machen diese Blättchen auch wieder ein bisschen eine andere Farbe und so kann man sich mit verschiedenen Färbmitteln ganz unterschiedliche Farbmischungen. Hier habe ich schon Farbblättchen zur Wolle dazugegeben. Ich habe die Wolle noch etwas mit Wasser und ein wenig Essig aufgegossen und du siehst hier schon, wie sich die Farbe in der Wolle verteilt, auch hier. Ich werde das jetzt dann mit dem Kochlöffel ein wenig runterdrücken, weil die Farbe natürlich auch sofort auf den Finger geht. Sobald die Farbblättchen das Wasser berühren, fangen sie sofort an, die Farbe abzugeben. Und die geht dann direkt auch in die Wolle über. Ich mache es hier so bei meinen Färbungen, dass ich die Farbe immer erst dazugebe, wenn die Wolle schon im Wasser ist. Das macht dann schöne Effekte, denn die Wolle nimmt dann nicht überall gleich viel und die gleiche Farbe auf, sondern macht Farbverläufe. In dem Fall wird es grün und blau natürlich und im mittleren Bereich wird sich dann hoffentlich ein schöner Türkis-Ton mischen zwischen den beiden Farben. Verwende beim Färben mit Ostereierfarbe auf jeden Fall Ostereierfarbe, die für das Warm-Heiß-Färben geeignet ist. Kalt färben gibt es auch Ostereierfarben. Das ist für die Wolle nicht so geeignet, weil die Farbe würde die erste Wäsche nicht oder nur zum Teil überstehen. Mit Farben für Heißfärbung habe ich schon sehr gute Erfahrungen gemacht. Das werden zum Teil sehr intensive Farben. Wie gesagt, diese Blättchen machen eher Pastelltöne. Ich habe jetzt schon sehr viel genommen und schaue mal, was sich da tut. Das Ganze muss auf jeden Fall kochen und es ist günstig, es langsam warm werden zu lassen, damit die Wolle eben nicht verfilzt. So, ich drücke jetzt noch die ganze Wolle richtig unter Wasser und lasse das Ganze mal stehen. Hier am Herd ist die Temperatur sehr gut einstellbar. Wenn ich merke, es wird zu heiß, schiebe ich es ein bisschen vom Feuer weg. Wenn du das am Elektroherd machst, musst du ein bisschen dabei bleiben und immer wieder schauen. Die Wolle sollte nicht sprudelnd kochen, sonst ist wieder Verfilzungsgefahr gegeben. So, das darf jetzt ein bisschen stehen, bis es kocht. Zu der Wolle habe ich jetzt noch zwei weitere blaue Blättchen gegeben und zwei, die sind gelb, damit der grüne Anteil ein bisschen interessanter wird. Und um zu sehen, wie die Wolle dann wirklich ungefähr aussieht, wenn sie trocken ist, hebe ich sie aus dem Wasserbad heraus und es zeigt sich da, im Wasserbad schaut die ziemlich dunkel, sehr intensiv aus und wenn man sie ein bisschen heraushebt, wird deutlich, dass sie die Farbe zwar gut angenommen hat, aber richtig kräftige, intensive Farbe wird das mit diesen Blättchen dann nicht. Ich hole die Wolle jetzt dann aus dem Bad heraus. Da schaue ich mir noch das blaue an. Das hat einen stark turkisen Farbton und das auch. Es ist nicht direkt Pastell, aber es ist eher auf der helleren Seite, auf der weniger intensiven. Mit dem Gelb gemischt wird es so ein bisschen Gelbgrün, Moosgrün. Ich hole das Ganze jetzt aus dem Färbebad. Du siehst hier, im Wasser ist noch ein kleiner Rest von Farbe drinnen. Würdest du jetzt mit normalen Säurefarben färben, würdest du noch warten, bis das alles in der Wolle aufgenommen ist. Bei den Eierschalenfarben bleibt ein kleiner Rest im Wasser. Das ist ganz normal. Nach dem Färben hebe ich die Wolle auf in ein Sieb oder hier auf ein Spritzschutzgitter und spüle die richtig aus. Und zwar mache ich das mit einem zumindest lauwarmen Wasser, damit der Unterschied in der Temperatur nicht zu stark ist und nicht wieder so viel zum Ende. Ich spüle das so lange aus, bis gar keine Farbe mehr aus der Rolle kommt. Das dauert da bei der Eierfarbe gar nicht lang. Und du siehst, es ist ein sehr schöner Farbverlauf geworden von eher bläuliches Petrol bis hin zu einem grünlichen Türkis, gelb-grün, dort wo das Gelb gegriffen hat. Bei diesen Farben, die ich hier verwende, sind die helleren Farben, Gelb, Rot und Orange, stärker färbend als die dunkleren Farben. Deswegen kommt das Gelb hier auch sehr, sehr gut zur Geltung. Bei anderen kann es sein, dass du Gelb und Grün mischst und du siehst, was nichts mehr von dem Gelb ist. Es wird höchstens ein Grün, das ganz leichtes Gelb vergibt. Ich habe hier einen grüderen Bereich des Ofens gestellt. Du kannst sie natürlich auch einfach auf einen Wäschetrockner hängen und dort trocknen lassen. Wenn die Wolle trocken ist, ist sie schon fertig zur Weiterfahrung. Andere Beispiele für verschiedene Wollfärbungen. Du siehst hier ganz zarte Pastelltöne, rosa-gelb-orange-Lachsfarben. Hier etwas stärkere Orangetöne mit Rot und Gelb. Und im Anschluss zeige ich dir noch verschiedene Fotos von Farben, die ich bereits gemacht habe. Weitere Informationen findest du auf die landluft.blogspot.com